Wie du früher warst, oder? Ja, hier war. Früher, diese Kanoffel, die sieht jetzt vorne auf. Oh, du kannst dir ja immer wieder zeigen, ne? Ja, das ist auf die Sparkasse, oder oben, ne? Ja, die ist hier vorne vielleicht. Und hier oben auch, Lecker. Hast du den Wunder nicht gesehen? Doch. Wo der Italiener ist, der hat die Eisdiele.